Das Reeperbahn Festival 2011 Internationale Newcomer geben sich vom 22. bis 24. September auf der sündigsten Meile der Welt die Klinke in die Hand Drei Tage, 40 Locations und über 200 Live-Shows Schon einige namhafte Bands haben hier ihre Karriere gestartet Seid also dabei beim größten Clubfestival Europas, dem Reeperbahn Festival Die Plattform neuer Talente aus der ganzen Welt